Hi Leute, Jigsaw hier. Könnt ihr nach einer gewissen Zeit Apps nicht mehr nutzen oder bestimmte Apps überhaupt nicht mehr öffnen? Dann liegt das wahrscheinlich an den Bildschirmzeiteinstellungen, die das verbieten. Wenn ihr jetzt das Passwort von diesen Bildschirmeinstellungen vergessen habt oder aus anderen Gründen nicht wisst, dann zeige ich euch in diesem Video, wie ihr dennoch die Bildschirmzeiteinstellungen verändern könnt. Los geht's! Die Bildschirmzeit ist ein iOS-Feature, mit dem man einen Überblick dafür bekommen kann, wie viel Zeit man auf den unterschiedlichen Apps verbringt. Außerdem kann man hier auch Beschränkungen oder Regeln einstellen, wodurch dann zum Beispiel Apps nach einer gewissen Zeit geblockt werden. Mit dem Bildschirmzeitpasswort wird verhindert, dass die Bildschirmzeiteinstellungen verändert werden können. So können zum Beispiel Eltern die iPhones der Kinder so konfigurieren, dass sie nur gewisse Apps nutzen können oder Spiele nur eine gewisse Zeit spielen dürfen. Was aber, wenn ihr dieses Passwort umgehen wollt, weil ihr das Passwort vergessen habt oder es wer anders für euch eingerichtet hat. Wenn ihr noch Zugriff auf eure Apple ID und natürlich auch das dazugehörige Apple ID Passwort habt, welches ihr benutzt hattet, um die Bildschirmzeit einzurichten, dann ist das Ändern des Passworts recht einfach. Wenn ihr aber keinen Zugriff auf die Apple ID habt, könnt ihr direkt zum nächsten Kapitel springen. Ansonsten öffnet die Einstellungen und klickt dann auf Bildschirmzeit. Scrollt hier herunter bis zu Bildschirmzeitpasswort ändern und klickt dann auf Bildschirmzeitpasswort ausschalten. Hier werdet ihr nach dem Bildschirmzeitpasswort gefragt, um das Feature auszuschalten. Andernfalls klickt auf Passwort vergessen. Gebt dann eure Apple ID und das Passwort ein, um fortzufahren. Jetzt sollte das Bildschirmzeitpasswort zurückgesetzt sein. Noch einfacher, um das Bildschirmzeitpasswort zu entfernen, ist es eine bestimmte Software zu verwenden. Diese Methode ist besonders hilfreich, wenn ihr keinen Zugriff auf die Apple ID habt, mit der ihr die Bildschirmzeit zum ersten Mal eingerichtet habt. Ich nutze hier gerne die Software iMyPhone LogWiper. Bevor ich da jetzt aber mehr ins Detail gehe, solltet ihr zunächst Wo ist auf eurem iPhone deaktivieren. Die Software benötigt das, um die Bildschirmzeit zurückzusetzen. Öffnet dazu die Einstellungen und klickt dann oben auf euren Namen. Klickt dann auf Wo ist und bei Finde mein iPhone müsst ihr das dann ausschalten. Okay, aber wie nutzt ihr jetzt das Programm? Zunächst müsst ihr euch das Programm herunterladen. Den Downloadlink findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Software wurde genau dafür entwickelt, die möglichen Sperren, wie z.B. das iPhone Passwort, Face ID oder auch eben die Bildschirmsperre zu umgehen. Und dabei werden auch keine Daten gelöscht, also benötigt ihr auch kein Backup. Bevor ihr auf Herunterladen klickt, überprüft, ob ihr auch das richtige Betriebssystem ausgewählt habt. Das Programm gibt es nämlich sowohl für Mac als auch für Windows. Mit Hilfe der kostenlosen Testversion könnt ihr leider nur überprüfen, ob es bei eurem Gerät möglich ist, die Bildschirmsperre zu entfernen oder eben nicht. Wenn ihr dann aber alle Funktionen der Software nutzen wollt, müsst ihr für die Software Geld bezahlen. Nachdem ihr das Programm heruntergeladen habt, öffnet die Datei und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Installieren. Jetzt könnt ihr euer iPhone mit dem Computer verbinden. Benutzt dafür am besten ein originales Kabel oder ein MFI-Zertifiziertes. Auf eurem iPhone müsst ihr dann euren Passcode eingeben und dann auf Vertrauen klicken. Auf dem Dashboard klickt dann auf die Option Bildschirmzeitpasswort entfernen. Wenn das Gerät über iOS 12 installiert hat, was eigentlich heute immer der Fall ist, müsste euch dieser Bildschirm hier angezeigt werden. Andernfalls müsst ihr euch die Software direkt das Bildschirmzeitpasswort anzeigen. Das könnt ihr dann einfach eingeben und danach die Bildschirmzeit deaktivieren. Wählt hier dann aus, ob das Bildschirmzeit Passwort direkt auf eurem Gerät angegeben wurde oder durch eure Familie geteilt wurde. Egal welche der beiden Methoden ihr nutzt, folgt einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Fortfahren. Klickt danach einfach auf den Startbutton und da ich in meinem Fall wo ist schon deaktiviert habe, sollte dann das Bildschirmzeitpasswort automatisch entfernt werden. Danach wird das iPhone neu starten und das Bildschirmzeitpasswort sollte entfernt sein. Okay, wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn ihr Fragen habt oder euch wünscht, dass ich ein Video zu einem anderen Thema aufnehme, dann einfach in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal, ciao!